Willkommen auf dem Stand von Jaguar Land Rover hier auf der LA Auto Show. Hier gibt es heute ein Weltrekord, ein extremes Luxusfahrzeug und einen großen Range mit sehr kleinem Verbrauch. Beide, Range Rover Sport und Range Rover, haben einen 300 PS Benzinmotor in Verbindung mit einem Elektromotor, der 116 PS hat, gibt zusammen 400 PS und erreichen einen CO2 Wert von nur 64 Gramm. Das heißt, das erreicht man heutzutage mit keinem normalen Verbrennungsmotor und hier kann man also die Vorteile eines Elektroantriebs mit den Vorteilen eines Verbrennungsmotors in einem großen Auto ideal verbinden. Preislich startet der Range Rover Sport Hybrid bei 87.100, der große Range Rover Hybrid startet bei 124.400. Das sind beide sehr luxuriöse Autos. Der eine ist natürlich Range Rover Sport, wie der Name sagt, etwas sportlicher. Man sitzt tief in dem Auto drin, man spürt dieses Fahrzeug und hat die direkte Verbindung zur Straße, fährt Offroad fantastisch, wie es sich für einen Land Rover und Range Rover gehört und kann natürlich die ganze Familie einpacken mit Kofferraum und so weiter. Der Range Rover ist der König unter den Geländewagen. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Es ist der Lord, es ist das Understatement, es ist der ruhige Luxus, der nachhaltige Luxus. Man sitzt erhaben in diesem Auto drin, hat natürlich auch extrem viel Platz, thront über dem Geschehen und kann natürlich auch alles mit diesem Auto machen, egal in welcher Lebenssituation. Das ist der neue Range Rover S wie Autobiography Long Wheel Base. Es ist von unserer Abteilung Special Vehicle Operations, die sich immer um die ganz besonderen Autos kümmert. Hier ist im Prinzip alles Luxus, was man sieht, was man anfasst. Von feinstem Leder über die gesteppten Nähte, über die Holzfurniere, über die großen Einzelsitze im Heck. Also es ist üppiger Luxus und trotzdem sehr, sehr stilvoll verpackt. Ja, das Auto ist eine viertürige Limousine, basiert auf dem XE und nennt sich XE SV Project 8. Das heißt, es ist auch von unserer Abteilung Special Vehicle Operations entwickelt worden und gebaut worden. Die Performance Abteilung war hier zuständig und wir haben aus dem Auto 600 PS rausgeholt und der Rundenrekord ist 7,21,2 Minuten die Nordschleife und das unter herbstlichen Bedingungen. Das heißt, wir hoffen nächstes Jahr im Frühjahr noch ein bisschen was rauszukratzen, aber egal, der Weltrekord steht für dieses Auto. Es ist die schnellste viertürige Limousine weltweit. Preislich ist um die 180.000 Euro und wie gesagt 300 Stück weltweit. Nach Deutschland kommen gerade mal fünf Autos. Ja, wir zeigen hier auch den neuen F-Type. Das neue Einstiegsmodell ist auf der anderen Seite und zwar bieten wir ab sofort den F-Type als Vierzylinder mit 300 PS Benzinmotor und das bringt den Einstiegspreis auf 57.200 Euro, das heißt unter 60.000 und es ist damit natürlich ein Spaßautomobil zu einem sehr attraktiven Preis, was jetzt gerade auf den Markt kommt. Das war's hier vom Stand von Jaguar Land Rover aus L.A. und ich bin sehr gespannt, wie sich der neue Range Rover als Plug-in-Hybrid fahren wird und hoffe, ich kriege die Gelegenheit dazu. Jedoch viel interessanter finde ich, ob Jaguar es wirklich schafft, mit diesem XE hier im nächsten Jahr den eigenen Weltrekord bei besserem Wetter noch mal einzustellen. vom Dadhof auf mom Untertitelung des ZDF, 2020